Hallo, ihr hört gleich die Übersetzung von Why do we anthropomorphize Computers? Wieso anthropomorphisieren wir Computer? Für euch, die Übersetzung macht Pleu. Und es geht jetzt dann gleich los. Einen großen Applaus für Malush, bitte. Danke, Yadzia. Danke, dass ihr alle hier seid. Mein Name ist Malush de Folk. Und ich werde über Anthropopisierung sprechen. Als Überlebensstrategie. Wie es funktioniert und ob es effektiv ist. Wenn ich über Big Data spreche, das ist so ein Schirmbegriff, dann ist mein Fokus auf den sozialen, nicht auf den technischen Schwerpunkten. Und auch auf der Forschung darüber und Datenberge wie zum Beispiel von Sozialmedien oder Kreditkartendaten, die da analysiert werden. Und jetzt sind meine Slides eingefroren. Leider sind bei mir die Slides eingefroren. Oh, oh. Oh, oh. I will in a moment. Gosh, it's completely frozen. I'm very sorry. Okay, tut mir leid. Die Computer ist hier abgestürzt. Versuch das mal zuzumachen. Geht nicht. Hilfe. I have to get rid of something, I think. Shall we just kill it? Oh, that's so stupid. Yes, this first slide is already saying it. Computers are people too, so. Tja, diese erste Slide sagt schon, Computer sind auch Leute. Vielleicht sollte ich mir einfach einen Kaffee holen und nachher funktioniert's. Das ist einfach so. Und wenn es ihnen geht, geht zumindest. Das ist einfach so. Ich habe Arbeit gesp edges, was 쓰iget den Schein ein Thema? Es tut mir leid. Es geht wirklich nicht. All right, let's see if we're back. Okay, mal schauen, ob es jetzt wieder klappt. Also. Okay, so, sorry for the interruption. Tut mir leid für die Unterbrechung. Ich wollte erst mal Silicon Valley selbst eine Geschichte über Technologie erzählen lassen. Silicon Valley Propaganda. Während unserer Lebenszeit werden wir eine Transformation der Menschheit sehen. Es erstaunt mich immer wieder. Normale Leute haben keine Ahnung, wie schnell sich die Welt verändert. Und ich will euch ein bisschen gespürt werden, wieso auch dieses Mal, dass es anders ist. Diese Dekade nicht das gleich ist wie vorher, sondern eine sehr, sehr außergewöhnliche Dekade in der Geschichte der Menschheit. Also das schnellere, billigere Werden von Rechenleistung ist praktisch eine Naturgewalt. Deshalb werden wir in diese Generation des Überflusses kommen. Die Zukunft wird sich nicht um sich selber kümmern. Amerikaner schauen nach Kalifornien und wenn man nach Kalifornien fragt, wo der Fortschritt herkommt, dann sagen sie aus der Bay Area. Mein Ziel ist es, Komplexität zu vereinfachen. Nimm Internettechnologie und kreuze es mit anderen Dingen. Und ich denke, es gibt zwei Pfade für Menschheit in Zukunft. Erstens, wir bleiben die ganze Zeit auf der Erde oder machen was anderes. Ich habe hier kein Untergangsszenario, aber ich denke, es wird trotzdem passieren. Die Lösung dazu ist halt, die Menschheit auf mehrere Planeten zu verteilen. Wir sollten die Ansprüche höher setzen. Und ich brauche meine Ressourcen, um die nächste Generation von Leuten weiter Start-ups gründen kann, so wie unsere Generation. Und wir wollen auch in Zukunft weiter mehr Energie pro Person verwenden können. Tod ist unfair. Also die größte Form von Ungleichheit ist zwischen den Leuten, die leben und zwischen den Leuten, die sterben. Und ich mag Genetik, weil das ist eigentlich nichts anderes als Coding. Und wenn ich ein Code habe, dann will ich den knacken. Und thermodynamisch gesehen gibt es keinen Grund, wieso Leute überhaupt sterben müssen. Und das will ich mir anschauen. Leute sterben an Krankheiten, die eigentlich verhindert werden können. Und das ist unfair. Es ist möglich, den Tod optional zu machen durch Technologie. Ja, unsere Körper sind Informationsverarbeitungssysteme. Wir sollten eigentlich Superkräfte erreichen können, wie in den Marvel Comics beschrieben. Wir sollten auf den Moden von Jupiter leben können und dort Energie harvisten aus der Gamma-Strahlung der Sonne. Und unsere Geist über mehrere Körper verteilen und so weiterleben. Wir sind jetzt in der ersten Stunde von Tag 1. Es gab nirgends mehr Chancen als jetzt. Der größte Teil der Technologie der nächsten 25 Jahre ist noch nicht erfunden worden. Wir werden die Welt übernehmen, ein Roboter aufs Mal. Ich frage euch, was wollt ihr denn? Wir haben eine gottgleiche Sicht der Zukunft. Künstliche Intelligenz wird die Welt wahnsinnig verändern. Die Idee muss sich verteilen vor der Technologie. Wenn du das glaubst, dann halte ein Gespräch mit jemandem und hilf ihn zu verstehen. Wenn ich dieses Denken in meinem Kopf hatte, dass es Smart Machines geben wird, dann werde ich meinen Roboterhund sehr nett behandeln. Aber am Ende haben wir vielleicht einfach eine Spezies geschaffen, die über uns ist. Ich werde stärker sein als jede Änderung, die wir herbeiführen können in der Welt. Wenn ihr die AI nicht besiegen könnt, dann nehmt daran teil. Wir können diesen Krieg nicht gewinnen durch Änderung von menschlichem Verhalten. Menschen machen Fehler. Wir sollen nicht so tun, dass wir die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zurückhalten können. Und stattdessen sollten wir uns anstrengen, das wie eine geliebte Kreation von uns zu akzeptieren. Wenn man erfindet, dann ist man disruptiv. Fortschritt passiert, weil es gibt einen ökonomischen Anreiz, dass Maschinen für dich anarbeiten. Zum Beispiel künstliche Intelligenz. Das ist eher ein breiter, marketingetriebener Begriff geworden. Aber das ist okay für mich. Wichtig ist allerdings, was Leute darüber denken. Es geht hier um die Politik der Technologie. Der Untergang unserer Welt könnte am Willen einer einzelnen Person abhangen. Also wir wollen, dass unsere Welt sicher ist vor Kapitalismus. Alle einzelnen von uns. Silicon Valley CEOs sprechen über diese Dinge hier. Also lassen wir uns nicht Mathematik regulieren. Also das ist über die europäische Datenschutzrichtlinie. Dort steht, autonome Autos sollten als Autos reguliert werden. Und wichtig ist, dass das insgesamt die Anzahl Umfälle reduziert. Und wie das gemacht wird, soll legal sein. Das ist im Wired Magazine 2008 zum Beispiel. Google hat eine AI geschaffen, die besser ist, als was Menschen können. Und in DeepMind haben wir AlphaGo geschrieben. Ein System, das tausende Jahre von menschlicher Intelligenz verdichtet in ein Programm. Und Microsoft hier entschuldigt sich für die schlimmen Tweets von Tay. Das steht nicht für, wer wir sind und unsere Werte. Und im PC World Article steht hier, AI hat dieses 3D-Bild gedruckt von Rembrandt und es ist verdammt gut. Werbefirmen mit zum Beispiel J. Walter Thompson haben 3D-Bilder gedruckt. Von 400, über 400 Bildern von alten Klassikern. Und die wurden, sind so gemacht wie von einem Computer mit einem 3D-Drucker. Es ist klar, dass sie auf diesem Projekt arbeiten, sind gut mit Computern. Und diese 350 Rembrandt-Bilder wurden von einem Team aus Wissenschaftlern gemacht. Und der Computer hat das geschaffen, aber da gibt es keine starke künstliche Intelligenz dahinter. Nur einfach sehr schlaue Automation. Wir können das anders anfassen. Wir können diese Computer anthropomorphisieren. Also die menschenähnlichen Fähigkeiten von Maschinen. Ich denke, wir haben zwei Überlebensstrategien hier. Erstens, wir haben hier die Wurzel der Anthropomorphisierung. Und wir entwickeln eine generische Sprache aus sozialer Sprache. Und der Zweck der sozialen Sprache ursprünglich war Grooming. Und das hat dazu geführt, dass wir die Welt in sozialen Begriffen erklären. Also wenn man auf der Jagd ist, die Anthropomorphisierung von Tieren hat dann einen großen Vorteil. Wir sehen uns diese Anthropomorphisierung an und dass sich das nicht viel geändert hat. Durch verschiedene Experimente schauen wir an, was für Leute, wie die Beziehung zu Computern oder Fernseher ist. Und die Leute sind nett zu Computern, schreiben in Persönlichkeit zu, Humor und zum Teil sogar Geschlecht. Microsoft hat leider diese Forschung interpretiert und daraus dieses Gehasste Karl Klammer gemacht. Das Orakel überleben durch Vorhersagen von Ereignissen. Wir müssen Disaster verhindern. Die Furcht vor dem Tod hat uns dazu gebracht, uns mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Weil wir die Zukunft nicht vorhersagen können, wir sehnen uns nach dem, darüber Kontrolle über unsere Zukunft zu haben. Also wir verstecken die menschliche Hand in der Formung unserer Zukunft. Also Apollo hat sich durch Dämpfe in Trance-Zustand versetzt und spontan Priester vom Tempel haben, was er gesagt hat, übersetzt in die Prophezeiung, die Apollo gesagt hat. Heute machen wir das Ganze mit Daten. Big Data funktioniert so ähnlich wie das Orakel von Delphi. Also es ist programmiert von Menschen, man füttert dem Daten und das wird dann von Forschern übersetzt in die Geheimnisse, die Schlüssel zu unserer Zukunft sind. Also wir werden so näher an die Wahrheit gebracht. Und wir entfernen uns von einer Realität, die verzerrt ist durch die menschliche Wahrnehmung. Also im Artikel von Anderson, The End of Theory, das Ende der Theorie, heißt es, wir können vergessen über Taxonomie, Taxonomie, Psychologie, Anthologie, wir können alles verfolgen und messen und Daten und Zahlen sprechen für sich selbst. Da gibt es, dem wurde mit großer Begeisterung von Speicher- und Datenbank-Technologiefirmen begegnet. Also diese Stärkung in den Glauben an Superkräfte von Big Data passiert die ganze Zeit in den Medien. Hier wird die ganze Bevölkerung der USA psychologische Profile über dir erstellt. Die Geschichte ist die Idee, dass diese Software mehr weiss über dich als deine Mutter oder halt was man liked auf Facebook könnte mehr verraten, als eine Person über sich selber weiss. Also Kathy O'Neill, Autor der Weapons of Mass Destruction, hat gesagt, es war nicht nur Trump, alle haben das gemacht. Hillary hat das gemacht, Obama hat diese Technologie auch verwendet. aber halt Alt-Right-Medien-Firma Breitbart hat das auch gemacht. Dieser Artikel von Motherboard beschreibt auch, was für einen Einfluss Cambridge Analytica hatte auf die Politik. Das sollte auch ein Warnzeichen sein an uns. das ist asymmetrisch die Information, die verfügbar ist in unserer Demokratie. Crawford hat den Glauben an Big Data so beschrieben, der Glaube, dass große Datensätze eine höhere Form von Intelligenz sind und Einsichten erlaubt. Also dieser Mythos wurde schon in 1984 zu zerstreuen versucht. Also wenn man ein Excel-Spreadsheet hat und das von einem Computer erstellt wurde, dann glauben die Leute schenkende mehr Glauben, als wenn es von einem Menschen erstellt wurde. Bei menschlichem Verhalten wird angenommen, dass keine Fehler gemacht werden. Tim Harford bestreibt auch diese vier Grundsätze von Glauben. Erstens mal unheimliche Genauigkeit. Zweitens dass Kausalität von seinem Thron gestossen wurde. wenn man nicht weiss, wieso Dinge korrelieren. Drittens Sampling Bias spielt keine Rolle, wenn man viele Daten hat. Und viertens mit genug Daten sprechen die Zahlen für sich selbst. In Datensätzen gibt es halt viele irgendwie komische Muster. Also Cherrypicking ist jetzt auf einer industriellen Skala angewachsen. Diese Data-Mining-Techniken können uns eindeutige, aber instabile Resultate bringen in großen Datensätzen. Was komisch ist über diese Mythologie, dass Datensätzen eine höhere Form von Intelligenz bringen, ist paradox. Also die Leute haben das Gefühl, es ist objektiver, genauer, aber das ist nicht so. Also dieses Orakel zu beleidigen hat weitreichende Konsequenzen. Also es dehumanisiert die Leute und wenn wir uns aus dieser Gleichung entfernen, nur dann können wir sehen, was sie bedeutet. Es ist nicht mehr möglich, mit dem Output von Big Data Analytics zu sprechen, weil es ist verzerrungsfrei und weil angeblich die Algorithmen dahinter so sind, aber tatsächlich sind die sehr opak. Also vielleicht findet ihr euch einfach wieder in der falschen Kategorie klassifiziert durch so einen Algorithmus und ihr werdet allenfalls von gewissen Teilnahmen der Gesellschaft auf gewisse Art ausgeschlossen. Das ist noch das optimistischste Szenario. Also wieso sind wir so verliebt in Daten geworden? Der Wert von Information hat sich ziemlich verändert im letzten Jahrhundert. Das hat angefangen mit Cybernetics und Informationstheorie in den 50er Jahren. Da ging es darum, dass Information das Werkzeug ist, um beliebiges System kontrollieren zu können. Hier ist Inus Moth, der hat eine Maschine erstellt für einen PR-Stunt und leider wurde das hier nie veröffentlicht, weil die Journalisten gesagt haben, das hat menschenähnliche Züge. Also wir müssen mit genügend Information leben. Das heißt, die Kontrolle fast gleichzeitig hat Shannon seine mathematische Theorie der Kommunikation veröffentlicht. Gondor und Peters, die über Radio gesprochen haben, die haben Signal mit Resultaten verwechselnd. Also Alan Turing und Bertrand Russell haben gezeigt, in dem sie das Entscheidungsproblem analysiert haben, dass viele Funktionen nicht logisch repräsentiert werden konnten oder mechanisch repräsentiert. Sie haben gefragt, wieso wir das jetzt vergessen haben, wenn wir Schlussfolgerungen mit Rationalität verwechseln. Also künstliche Intelligenz Research, Simon, der das Human Problem Solving Papier geschrieben hat, sagt, in den 80er Jahren wurde Information als noch wichtiger angesehen. Physische Dinge wurden vom Wert der Information übertroffen. Dieses Bild hier ist eine mittelalterliche Zeichnung, in dem die Humore, also diese Flüssigkeiten im Körper stellen die Essenz unserer Intelligenz dar. Das ist also eine Metaphor über unsere Intelligenz. Automaten mit Federn und Zahnrädern haben im 15. Jahrhundert diese Theorie übernommen. Die Seele und der Geist waren immaterial und als ausserhalb vom Körper angesehen. Und so etwas machen wir immer noch. Das Gehirn wird als etwas Physisches angeschaut, ein Informationsverarbeitungssystem und das die Realität abbildet. und von da der Sprung zu Big Data ist nicht so groß. Also wir haben den Kreis wieder gesloschend. Wir sehen das Gehirn als eine Maschine. Also Überlebensstrategien, Anthropomifizierung von Orakeln und also das Erste erlaubt uns empathisch zu anderen zu sein. das Zweite hat uns durch die Zeitalter der Erde vertröstet. Also wie funktioniert das für uns? Wir sollten besorgt sein. Mit dem Damoklesschwert über unserem Kopf findet demnächst eine Kette von Katastrophen statt, die die Menschheit bedroht. Die Ressourcen der Erde werden ausgehen. Wir machen etwas, das separat ist von unserem Körper. Also menschliche Bewusstsein ist so ähnlich wie Computer Software. So können wir das nicht übersetzen. Ray Kurzweil hat das Gefühl, demnächst können wir einen menschlichen Geist in einen Computer runterladen. Im Retten der Zivilisation hier wird hier künstlich die Hardware des Planetes mit der Erde und Ozean getrennt von den Daten. Das wenigst optimistische Zukunftsszenario ist dass wir den Mars kolonisieren. Wir müssen Leben auf dem Mars möglich machen in unserer Lebenszeit. Eine weniger extreme Version hier zu fliehen ist dass schlaue Wissenschaftler einen Weg finden unsere Probleme zu lösen wie zum Beispiel die globale Erwärmung. Vermutlich müssen wir unseren Lebensstil nicht ändern sagt uns die Politik diese Apathie ist die wirklich angebracht also Information ist nie ohne Träger aus Konfliktzonen in denen es wieder Sklaverei gibt zum Beispiel im Kongo oder Goldminen in Ghana diese Mineralien die es braucht kommen aus regulierten Zonen das hier ist zum Beispiel ein Schlacke Seen Bautau Elektroschrott wird in unregulierte Länder entsorgt und Server Farms haben den gleichen CO2 Ausstoß wie die Flugindustrie heute was passiert ist dass die Erde wärmer wird und die Forschung interessiert sich mehr für Messungen als die Auswirkungen diese Dinge haben jahres schon in den 80ern herausgefunden aber das hat zu neuen Präsidenten geführt also diese Dinge haben mehr Einfluss als wissenschaftliche Fakten wissenschaftliche Fakten werden bewusst ignoriert dann funktioniert diese Überlebensstrategie die Mythologie heißt wir können uns selber aus der Gleichung entfernen um uns näher an die Wahrheit zu bringen das versteckt vor uns aber die Probleme in denen wir uns befinden ein Organismus verknüpft mit seiner Umgebung abhängig von seiner Umgebung mit dem Planet geht wir können uns nicht daran hindern die Dinge um uns herum zu anthropomorphisieren und das ist okay das macht uns zu Menschen es erlaubt uns unsere Umwelt mit Empathie zu studieren das Problem ist das hat nichts mit Realität zu tun das Gehirn scheint in einem Loop gefangen zu sein diese Metaphern sind so eingebettet in unsere Kultur und wir müssen Awareness schaffen darüber wir müssen Menschen als maschinen ähnlich sehen und Maschinen als menschen ähnlich dann ist es wahrscheinlicher dass wir nicht so verzückt sind von dieser magischen Technologie es gibt keine starke AI nur sehr sehr schlaue Automation an diesem Punkt sind die Maschinen einfach Stellvertreter für Menschen und ihre Ziele wie Kate Crawford und Meredith Whittaker gesagt haben Einsätze von AI wie zum Beispiel bei den US-Wahlen oder bei Brexit werden emotionale Zustände wie zum Beispiel depressive Teenager verwendet und das könnte überschatten das Interesse der Allgemeinheit und allen die betroffen sind ich empfehle euch das zu lesen aber da gibt es noch einige Fragezeichen habe ich dazu noch Social Net and Human Resource Distributions und vor allem beeinflusst werden Frauen und Minderheiten ethnische Minderheiten wir müssen die Fairness von diesem System beurteilen können diese die direkt beeinflusst werden von automatisierten diese vom Einsatz von AI beeinflusst werden haben fast nie eine Rolle darin diese Systeme zu designen und die Fairness zu beurteilen und Fehler zu korrigieren die Einflüsse der sozialen also auf jeden Fall es gibt hier ein großes Problem von einem like me Bias aufgrund der Uniformität derer die diese Systeme entwickeln also wir vertrösten uns damit und stellen keine Fragen diese wichtigen Einflüsse über wie andere Leute ausgenutzt werden über unsorgfältiges oder amoralisches Verhalten wir warten über die Nerd Endzeit oder Elon Musk und haben sehr sehr zurückhaltende Meinungen über uns selbst die echte Diskussion zu halten und nicht die wir uns erhoffen die tatsächliche Veränderung nach sich ziehen muss und im Interesse aller Menschen mit denen wir unseren Planeten teilen haben malos danke malos haben wir fragen wir haben eine minute danke noch mal einen großen applaus bitte ein her 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 Bis zum nächsten Mal.